Ich grüsse dich. Ich hoffe und wünsche mir, dass es dir gut geht. Vielleicht fühlst du dich aber auch so ein wenig wie ich und wie ganz viele Menschen gerade im Moment sehr schwer und sehr bedrückt. Ich habe mich leichter gefragt, warum das so ist und die Antwort darauf bekommst du gerade. Wenn ich leichter frage, was ist im Moment los, dass sich ganz viele Menschen sehr eingegangt fühlen, psychisch, seelisch, aber auch körperlich. Also sie zeigt mir auch, dass jetzt viele haben Schwierigkeiten im Brustkasten, also das Atmen, das Zwerchfell ist verspannt, Magenbeschwerden. Also sie zeigen wirklich, es ist wie wenn wir so gequetscht werden in unserem Körper. Warum ist das so? Sie sagen und sie zeigen mir, dass im Moment, wir sind ja nicht der einzige Planeten in diesem Universum, in diesem Kosmos, das wissen hier vor allem die Astrologen und Astrologinnen unter euch, dass wir halt auch dominierte Anführungs- und Schlusszeichen werden von anderen Systemen, von anderen Planeten. Und sie sagen, dass wir das immer wieder unterschätzen, was das auch mit unserem Körper macht, mit unserer Psyche, mit unserer Seele. Ich sehe folgendes Bild. Sie zeigen mir, wie wirklich energetische, enorm, enorm, enorm riesige Masse, quasi von A nach B transportiert werden, wie sie sich bewegen. Sie bewegen sich selbstständig, aber es ist auch, wo leichter dahinter sind, die auch schauen, dass die massen, dass die energetischen Masse in die richtige Richtung kommen. Das ist das, was ich dir sagen kann im Moment. Was heisst das für uns Menschen? Wie gesagt, nochmal das Gefühl von eingegang zu sein, von sich bedrückt fühlen, das Gefühl haben, vor allem sie sagen, von nicht vorwärts kommen. Also alles, was jetzt im Kosmos ist, die Schwere, die aufgrund dieser riesigen energetischen Masse, gespürt wir in unserem Leben sehr, sehr gut. Also auch da eine enorme Schwerfälligkeit, sich schwer fühlen. Wenn du das auch so empfindest, weisst du, warum das so ist. Du musst dir keine Sorgen machen. Das ist im Moment ist das normale Anführungs- und Schlusszeichen. Was du auch musst wissen ist, sie sagen, jetzt im Moment ist nicht Zeit, um wichtige Entscheidungen zu treffen oder im Affekt herauszuhandeln. Zeit im Moment ist wirklich. Sie bitten dich auch darum, probiere bei dir zu bleiben, in deinem Fokus. Wenn es dir schwerfällt, deinen Fokus auf etwas zu richten, weil du einfach wirklich gerade völlig lost in space bist, dann nimm es einfach an als das, was es im Moment ist. Eine schwere Zeit. Und wie gesagt, also wirklich schwer im wahrsten Sinne des Wortes. Das geht vorbei. Das wird jetzt noch ein Zeitchen sein, aber das ist absehbar. Ich möchte dich einfach dazu ermutigen, bleib wirklich bei dir. Habe das Bewusstsein und dass du nicht alleine bist. Das ist die Hauptintention überhaupt von meiner Arbeit. Dir das Gefühl zu geben, dass du nicht alleine bist, dass du gut aufgehoben bist durch die geistige Welt. Dass deine Lichter auch immer bei dir sind. Beten, meditieren und nimm es einfach an als das, was es ist. Eine schwere Zeit. Und nach der Schwere kommt auch wieder irgendwann die Leichtigkeit. So ist es gewesen. Und so wird es auch das mal sein. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du denkst, dass Zeitqualitätsvideo auch anderen Menschen helfen könnte, dann freue ich mich über das Teilen. Fühl dich am Morgen geliebt und gesegnet. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020